Hallo ich bin der Philipp. Hallo ich bin der Robert und wir stellen uns jetzt dem Schätzspiel gegen die Viener. Wir sollten das eigentlich wissen, gell? Also viele sind es sicher nicht. 360. 351 haben wir geschrieben. Jawohl die Partie haben wir gewonnen. Das passt. Die haben wir gut. Du hast das Zahn. Ich habe auch Zahn. Das sind nur alte Fixe dabei. Ich sage 26,5. Unser? Na sicher. Das glaube ich mir. Mein Tipp wäre 25, irgendwas, aber ich sage jetzt 27. Ich will nicht streiten. Der Kader. Ja, Kader. Nicht Kader. Karriere danach. Ah, Kader. 27. 24,5. Sag ja, hör auf mich. Ja. Jubel. Boom. Jetzt fragt er uns was. Warte kurz, ich schau schnell. Gibst du mir eine Gugel ein? Bevor der Stift liegt. Gibst du eine Gugel ein? Wenn du die Luftlinie nimmst, sind es 18. Ich sage einmal eine gerade Zahl 33. Es sind 25, nein, 24 Kilometer. Nein, 25. 25 Kilometer sind es. 33 Kilometer. Geht schon, Traum. 25. Scheiße. Was hast du am Anfang gesagt? Ah, ich wollte sagen. Seitdem ich antworte, sage ich dir. Wiener. Bravo, Jesch. Erste Runde im Unica-ÜFB Cup. Wiener gegen Machfeld. Am 28. August auf der Hohen Warte. Oder im Live-Stream. Untertitelung. BR 2018